Der Countdown läuft. Bonn erwartet 20.000 bis 25.000 Gäste zur UN-Weltklimakonferenz COP23. Am 6. bis 17. November werden sie in der Stadt sein. Helge Mathiesen, was bedeutet das für Bonn? Die Stadt wird sicherlich sehr lebendig sein in diesen Tagen, denn es sind ja nicht nur die Gäste der Konferenz da. Es wird ja auch noch Demonstrationen geben. Ich denke, Bonn wird ein paar sehr lebendige, ein paar sehr unruhige Tage haben, vielleicht auch verstopfte Straßen. Aber ich glaube, die Chancen, die in dieser Konferenz für Bonn stecken, sind sehr viel größer als diese Widrigkeiten. Was heißt das konkret? Also ein bisschen Stress für die Bonner, weil sie nicht dahin kommen oder nicht in dem Tempo dahin kommen, wo sie hinwollen. Ein bisschen aufpassen, wie zu alten Regierungszeiten, was die Demonstrationen angeht. Was glauben Sie denn, was die nachhaltige Wirkung für eine Stadt wie Bonn ist, so ein solches Event bei Herberg zu haben? Es gibt ja nicht so sehr viele Städte, die das überhaupt können in Deutschland. Man hat ja jetzt bei Hamburg gesehen, bei dem G20-Gipfel, dass selbst eine Millionenstadt dann sehr schnell am Limit ist. Und Bonn nimmt sich damit, glaube ich, die größte solcher Konferenzen, die jemals in Deutschland abgehalten worden sind, vor. Und ich glaube, wenn Bonn sich an dieser Stelle profiliert, dann ist das eine Sache, dann kann Bonn das. Und dann ist das die Chance, dass so etwas häufiger auch in Bonn stattfindet. Für die Profilierung der Stadt weltweit sicherlich eine Riesenchance. Das Stichwort Hamburg ist ja eins, was nicht nur mit guten Erinnerungen verknüpft ist. Müssen die Bonner sich in dieser Hinsicht auch warm anziehen? Ich glaube eigentlich nicht, denn es gibt ein paar Demonstrationen, die sind angekündigt. Aber das Potenzial für militante Aktionen ist deutlich geringer. Man muss sicherlich damit rechnen, das wird die Polizei auch tun oder das tut die Polizei. Aber ich glaube nicht, dass man sich mit enigen Auswüchsen beschäftigen muss, wie sie es in Hamburg gegeben hat. Nun sind wir gar nicht Stellvertreter für Hamburg hier in Bonn, sondern wir sind für zwei Wochen Fiji. Dass nämlich der eigentliche Präsident über diese Konferenz ist, aber selber nicht in der Lage ist, so viele Menschen zu beherbergen, weil es an Unterkünften, aber auch an Tagungsmöglichkeiten fehlt. Und darüber hinaus, ja, klimabedingt den Fijianern das Wasser bis zum Hals steht. Was können die Bonner sich merken aus so einer Stellvertreterrolle? Dass es manchmal vielleicht ganz nützlich ist, Fiji zu sein und für andere etwas zu tun und die Chance, die in so etwas steckt, eben zu nutzen. Ich glaube, es wird sicherlich Diskussionen darüber geben hinterher, was schiefgegangen ist. Das ist aber, glaube ich, auch vollkommen normal. Nur wenn Bonn sich als guter Gastgeber profiliert und das kann diese Stadt, das hat sie immer mal wieder bewiesen und beweist sie ja auch gerne, dann steckt darin langfristig eine sehr, sehr große Chance für Bonn und für die weitere Entwicklung und für das WCCB, das ja so schwierig gestartet ist, aber das dann eben tatsächlich auch das leisten kann, was es leisten sollte, nämlich ein Anziehungspunkt zu sein für Bonn und für wirtschaftliche Entwicklung auch in dieser Stadt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir werden mit der GA-Redaktion natürlich crossmedial dabei sein, wenn die Besucher in unsere Stadt kommen, werden verfolgen, was auf der Konferenz passiert, ob es womöglich, nicht bei jeder der Konferenzen der Vergangenheit ist es so gewesen, handhabbare, greifbare Ergebnisse gibt und werden sie weiter auf dem Laufenden halten.